Ein City Girl ist eine Staatsfräulein, die wunderschön aussieht, die Power hat, die intellektuell auch gebildet ist, also was drauf hat und davon gibt es sehr viele in Berlin. Und die 3.000 Follower hat es, glaube ich. Genau, die hat unheimlich viele Folgen bei Facebook und die veranstaltet immer so Konversationen über Facebook. Vielen Dank.